Hallo und herzlich willkommen bei der www.keyword-academie.de. Mein Name ist Dennis und wie ihr seht, stehe ich hier heute ganz alleine. Es hat einfach da was mit zu tun, weil alle aus der Keyword-Academie krank sind und im Bett liegen an dieser Stelle. Gute Besserung euch allen und natürlich alle, die jetzt gerade vielleicht ein bisschen Nase rümpfeln haben oder schnupfen oder was auch immer, wünsche ich gute Besserung oder wünschen wir natürlich auch alle gute Besserung. Ich hatte aber trotzdem gedacht, Mensch, heute ist Mittwoch und wir wollten ja immer einen Power-Tipp rausbringen beziehungsweise ein schönes Lied und ich wollte einfach diesen Power-Tipp oder diesen Mittwoch mal nutzen, um mich bei euch zu bedanken. Wir sind echt gewachsen in diesem Jahr und hatten ganz, ganz viel Spaß für euch, die Power-Tipps zu erstellen, Videokurse und natürlich auch schönes Software. Für 2024 haben wir das natürlich auch vor. Wir haben schon einiges vorbereitet und es kommen einige neue Kurse. Wie gesagt, für den Genos 2 kommt ein Kurs, aber auch für das SX-900 haben wir einen Kurs geplant. Wir haben neue Software schon geplant, sind auch schon fleißig dabei. Und ja, und ich finde es einfach klasse, wie auch ihr und du, wie ihr immer schön kommentiert, wie ihr einfach dabei seid, wie ihr ins Forum geht und auch anderen Leuten helft bei uns auf der Seite www.cumingsakademie.de. Und ja, das ist einfach auch schön zu wissen, dass wir einfach auch eine ganz, ganz tolle Gemeinde geworden sind. Und das Ganze mit Respekt und das finde ich immer am schönsten, denn es gibt verschiedene Levels, sage ich jetzt mal. Es gibt Leute, die haben überhaupt noch nie Keyword gespielt, sich ein neues Keyword gekauft und wollen einfach ein paar Ideen sammeln. Dann haben wir natürlich auch Experten bei uns, die ganz, ganz viel auch dazu beitragen für unsere Ideen. Und jeder hat seine Daseinsberechtigung, das wollte ich einfach nochmal sagen. Das ist, wie toll das auch klappt mit dem Respekt und mit der gegenseitigen Hilfe. Auch da vielen, vielen Dank nochmal an euch. Und wie gesagt, wenn ihr Lust habt auf neue Software, dann schaut doch mal auf www.cumingsakademie.de. Dort kommt immer mal wieder was Neues oder laden wir euch auch gerne ein, ins Forum zu gehen, dort einfach eure Fragen einzustellen. Und dann ist es bestimmt irgendeiner, der dann die Frage beantworten kann. Oder auch Jörg, Robby, Rainer oder ich. An dieser Stelle auch nochmal vielen Dank an Michael, den ihr eigentlich nie seht, aber der die ganze Technik immer beherrscht, die Homepage sicher macht, dass ihr nicht vollgespampt werdet mit E-Mails von uns. Das ist immer auch ganz wichtig. Darauf achtet er. Und das ist immer alles auch in der Zahlung, die er dann macht, dass es immer sicher ist. Und das ist mir vor allen Dingen ganz, ganz wichtig, dass wir alle da einen guten Draht zueinander haben. Und das macht richtig Spaß. So, das war es jetzt. Das war eine kleine Anrede von mir oder eine kleine Ansprache. Und jetzt möchte ich euch einfach ein Lied vorspielen, welches gewünscht wurde. Und dann würde ich sagen, euch ein tolles Fest, frohe Weihnachten und bis bald. Sagt Dennis von der www.kiemendusakademie.de 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 www.kiemendusakademie.de